Also hier offensichtlich unsere Brücke. Wir haben einen kleinen Kühlerarbeitsplatz, wo wir uns natürlich einen Befliegrahmen machen und so weiter. Und hier finden auch unseren Fahrstand vom Buche unser Schiff. Wir werden die ganzen Geräten dazugehören, also sei es Radar, eine sehr komische Seekarte. Wir können unsere Winden fahren. Wir gehen mal einmal runter. Da befindet sich dann meine Kammer und die vom Schiff. Das ist unsere Messe. Die nehmen wir unsere Mahlzeiten zu uns. Wir können uns hier abends ein bisschen entspannen, gucken mal einen Film zusammen. Das ist so die Hauptaufgabe der Messe. Also in der Regel doch sind wir fast abends so komplett und gucken irgendwie eine Serie, meinen Film, ja. Wir hätten noch Alternative, dass wir auch mal alle Kollegen möchten, die wir nicht verstehen, bei der Playstation. Haben wir auch.